so jetzt geht es erst mal zu paar stationen von festival of lights in berlin es gibt darüber sehr sehr viele stationen aber ich versuche mal zwei drei vier fünf mitzunehmen hier oben ist wir laufen mal außen rum hier ist action wir sind laserstains die gedächtniskirche ist auch komplett mit lichtern okay krass ach jetzt ist aus da hat wieder jemanden schalter gedrückt na jetzt auch krass ok ok 19 bis 24 uhr warum ist wenig es kann nicht da oben die beleuchtung sein das kann ja egal wir fahren jetzt einfach weiter ich guck erstmal ob hier eine kache in der mail steht dann könnten wir nämlich auf loggers lockigkeiten und car2go noch an 1 2 andere stationen hier die kache nimm mal jetzt einfach wie gesagt das gebäude links habe ich gar nicht gesehen aber guck mal die fassade wie die böllert oh was hat man hier der könnte doch klappen der hat so sein müssen der pappplatz leute die kuppel noch mal hier nur für die für die nicht berliners das praktisch lösen die center ok hier am ritz-carlton ist das ja okay sieht schon nice aus direkt am ritz-carlton auch nice ach hier kommen irgendwie krass da hinten sind die strahler guck mal ach du scheiße leute ok wir müssen auf die andere Seite Potsdamer ist schon mal ein anderer Sport wir gehen kurz mal da rüber und dann fahren wir zum brandenburger tor gut dass die auch alle hier drauf stehen was passiert denn hier ja gerade hier ist schlechte verbindung gleich zurück gleich zurück keine panik auf die hannik kurze frage was willst du am brandenburger tor kosten auch gedanken viel dann wir laufen so haben wir wieder gut empfangen der was der reichstag ist 0,2 kilometer scheiße ich hoffe finden den geradeaus sehen sie das paul überhaus genau hier wir laufen weiter wundervoll es erfreut mich sehr in meiner touristenstimme pressen hier hin zu dürfen oh shit was hat es denn da ein auto zerlegt oder abgebrannt was denn da passiert guck mal halt die ist der ding halt polizei tatort nicht betreten auch wieder